Herzlich Willkommen auf Bintur! Heute möchte ich euch eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Bangkok vorstellen. Und zwar schauen wir uns gemeinsam den Tempel des Mahakruda an. Er befindet sich im großen Königspalast, den ihr hinter mir sehen könnt, und zählt nicht nur zu den besten Afflektionen in der thailändischen Hauptstadt, sondern gilt auch als heiligster Ort in Thailand überhaupt. Der Tempel des Mahakruda bzw. Wat Pa Gheo wurde vor ca. 240 Jahren als Teil des Königspalastes erbaut. Jeden Tag zieht es tausende Besucher aus aller Welt hierher. Das ist auch kein Wunder. Der Palast-Tempel ist nicht nur Sitz der meistverehrten Buddha-Statue Thailands, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Architektur und fabelhafte Wesen, die auch in Besuch zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Doch bevor wir uns den Tempel des Mahakruda genauer ansehen, müssen wir erstmal in den großen Königspalast reinkommen. Und dazu müssen ein paar einfache Regeln befolgt werden. Grundsätzlich müsst ihr darauf achten, dass eure Schultern und Beine bedeckt sind. Das heißt, dass Shorts und ärmelose Oberteile hier nicht erlaubt sind. Frauen können aber Röcke tragen, die mindestens knapp übers Knie reichen. Solltet ihr diese Regeln vergessen, könnt ihr angemessene Kleidung und dazu noch ein tolles Souvenir für zuhause für 100 Baht in der Umgebung oder im großen Königspalast selbst für 200 Baht pro Stück erwerben. Übrigens, die Eintrittskosten für den großen Palast und Wat Pa Gheo liegen derzeit bei 500 Baht pro Person. Kinder unter 1,20m haben freien Eintritt. Der Preis ist relativ viel teurer als in anderen Tempeln in Bangkok. Dafür beinhaltet euer Ticket einen kostenfreien Eintritt ins Queen City Geek Textilien Museum und eine thailändisch klassische Tanzshow. So, jetzt haben wir es endlich in den Tempel des Mahakruda geschafft. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist die beeindruckende Wandmalerei. Sie umfasst die gesamte Tempelanlage und gehört somit zu den längsten ihrer Art in Thailand. Hier wird die Geschichte von Ramakiem dargestellt. Ein Epos ist ursprünglich aus Innenstand, aber heutzutage ein wichtiger Teil der thailändischen Kultur ist. In der Ramakiem-Erzählung geht es um Praram und seine Frau mit dem Namen Sida, die durch den Dämonenkönig Tozagan entführt wird. Um Sida zurückzubringen, muss Praram mehrere Herausforderungen überwinden. Dabei wird er von einer Affenarmee und seinem Freund Gehilfen Hanuman unterstützt. Wir schauen uns jetzt eines der wichtigsten Bauwerke im Tempel des Mahakruda an. Es handelt sich hierbei um eine goldene Jedi, ein monumentales Bauwerk als Andenken an Buddha und die buddhistische Lehre. Diese Jedi ist besonders von großer Bedeutung, da sich in ihrem Inneren ein Stück vom Brustbein des Buddha befindet. Wir kommen nun an der Hauptkapelle an, wo sich das Mahakruda befindet. Das Mahakruda ist die heiligste und eine der ältesten Buddha-Statuen in ganz Thailand. Wann und durch wen sie kreiert wurde, bleibt auch bis heute ein Rätsel. Wir können den Ursprung zumindest bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Leider können wir in der Hauptkapelle selbst nicht filmen, aber da wir schon mal hier sind, noch ein letzter Rat von mir an dieser Stelle. Der Tempel des Mahakruda hat von 38 bis 15.30 Uhr geöffnet. Falls euch jemand auf dem Weg begegnen sollte und meinen, dass der Tempel geradezu hat und euch eine Tour zu anderen Sehenswürdigkeiten anbieten, handelt es sich wahrscheinlich um eine Touristenfalle. So, und damit endet unser kleiner Rundgang im Tempel des Mahakruda. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust auf eine kompletten Tour habt, findet ihr weitere Infos auf Bintour.de. Ich sage, bis zum nächsten Mal und Sawadikrab! Solltet ihr diese Regel vergessen, könnt ihr angemessene Kleidung und dazu noch ein tolles Souvenir. Solltet ihr euch vorstellen? Drei Mal und Sawadikrab! Ein Zeigart der Dachstellung in dem Arzt? Geht ein Arzt und ichванse dran! In dem Pharma-Kchnik-Kurs gibt es wohl los! Ja, sowieso. Fast будто man hat sich weiter gesagt. Ich glaube das ist das cool. Jägen, wenn man immer noch mal nicht auf die Kampagne ist. Also, man sollte sich das mal so machen. Also, man sollte mich nicht so machen. Also, man sollte die Kampagne haben. Dann machen wir das. 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 Dann machen wir das.